Servus Guten Tag Leute Willkommen Zu Einer Neuen Runde Rocket League Heute Zusammen Mit Soccer Stars Ne Mit Lucky Souls Alter wie komm ich aufs Rocker Stars Junge das war ein bisschen Das war mir ein bisschen peinlich Scheiße Stell dir das mal vor in der Aufnahme und man sagt so Willkommen mit Soccer Stars und keiner sagt Hallo Kriegst du das? Kriegst du den? Kriegst du den? Ich dachte den kriegst du Ja war ein Torschuss immerhin Oh mein Gott Oh sie haben mich selber rausgeschlagen Der kommt noch gut Nein Alter Junge wie der den noch kriegt Das ist doch echt Zauberei Das ist Hexenwerk Hier we go again Schööööön Jawoll Aber er kommt noch Ne doch nicht sehr schön Wuhu Oh schnell Hinder Okay die brauchen ein bisschen Alter Junge warum darf ich kein Tor erschießen Schön abgebär das war richtiges Teamwork Schön abgebär das war richtiges Teamwork Das war gut Aufhören Der ist der ist noch Alter ich krieg doch nur die Torschüsse Oh man Nein Das war einfach nur scheiße Lust von denen Ich glaube das war nicht so leicht ohne Boost Ja das war nicht so leicht ohne Boost Wow Alter hab doch noch mehr Lack Alter Ich kann einfach nur kopfen Natürlich perfekt rein Das ist okay Okay drehen wir jetzt aber mal so richtig Alter die kriegen keine Luftbälle hin aber trotzdem kriegen sie den Ball irgendwie Bamm Da muss man einfach mal schön den Dreck gegen auspacken bei so einer Situation So jetzt noch alles ist noch drin wirklich wir können auch noch drei Tore schießen Wir können auch noch mehr schießen Ich hoffe die sprechelt sich jetzt nicht gut ab So jetzt noch mal schön Alter hör doch mal auf mich wegzuschubsen du Bastard alter was ist denn mit dir hast du keine Hobbys Endlich Alter Junge diese Typ wie die Nerven alter ich hasse es ich hab den extra jetzt weg geschubst da damit zu schießen kannst Jetzt dachte ich jetzt kommt der auch noch mal schließen müssen extra für dich rein das ist ehrenvoll Junge wir haben diese Tore verdient aber sowas von Ja ok Ist ok Jawoll Bamm Alter Da habt ihr alles in eure Fresse Oh Junge Family Trennchen Claudius Vor allem euer Gesicht Jetzt äh komm ich gleich mit nach hinten ok ich schieß kurz und dann komm ich nach hinten Oh my god Und dann komm ich mir schon hin Ja der ist nach vorne komm so perfekt Ganz entspannt Juuuuhuuu Okay das war eine kleine Runde Rocket League ich hoffe sie hat euch gefallen mir hat sie sehr gefallen es war sehr lustig vor allem am Anfang mit Zockers das natürlich nicht zu vergessen Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder haut rein lasst ein Abo da und ciao Das war die Realität nicht zu sehen Ja, ich kann die Runde bau sein Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Bis zum nächsten Mal.